UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Die erste Verletzung, stark gehalten. Leider ein bisschen mit dem Kopf. Und da ist das erste Tor bei Hero 2016. Tor-Schütze mit der Nummer 6 für den FC St. Pauli, Holger Wehlage. Wer hat das Tor gewonnen? Der erste Ball! Die Spiels sind rum, 1 zu 1 steht es. Die zweite Halbzeit doch deutlich abwechslungsreicher. Und da fällt auch das Zimmer vom 2 zu 1 der Führungstreffer für den FC St. Pauli. Tor-Schütze mit der Nummer 2 für Jan Lechner. Tor-Schütze mit der Nummer 6 für Jan Lechner. Und da sieht man nach dem Holli, das ist ja voll ein guter Shooter raus. Immer noch ein 2 zu 2 Ausgleich. Zwei Minuten noch hier beim Lokal-Avion. Die Spieler auf dem Platz. Der erste Spiel ist Hero Cup 2016. Der ASV hat es noch mal versucht, den Ausgleich zu machen. Jetzt haben wir es. Das war so. 3 zu 1. Der bitte sagt uns, wer hat es gemacht, wer hat es nicht so weit gemacht? Ja, das ist ja wesentlich von der Unkrichtung ganz zu sehen, der jetzt kommt. Wir geben das erste Spiel in der Karriero Cup 2016 und wir geben einmal ganz kurz ab an das Spielfeld. being inHafts und Weise. Das ist ja des Fallen von Things. Das war so. Wir haben w radialer Christian Fighters und Hauptschinchen laut.